Gänsejagd. Der Film ist im südlichen Schweden und auf Island aufgenommen worden. Wir begleiten die begeisterten Gänsejäger Torben, Frank und Brean. Der Film zeigt einige ihrer fantastischen Jagderlebnisse. Es ist ein einzigartiger Film für Flinkenjäger über die Jagd auf die begehrten Gänse. Die Jagd erfolgt vom Versteck aus, mit Hilfe von Lockvögeln. Erleben Sie diesen spannenden Film über die fantastische Gänsejagd. Der Film ist auf Barsebeck im südlichen Schweden aufgenommen worden, wo es große Scharen von Graugänsen und Kanadagänsen gibt. In Begleitung von Robert Schmidt aus Island besuchen die Jäger die Insel Sarga, um sich mit den unterschiedlichen Gänsearten wie Graugans, Pinkfooted und Speckled Belly zu messen. Es ist ein einzigartiger Film über die Gänsejagd vom Versteck aus, mit Hilfe von Lockvögeln. Für viele Jäger ist es ein Traum und ein fantastisches Erlebnis, einen richtigen Gänsezug zu erleben. Haben Sie Teil an diesem Erlebnis und genießen Sie diesen tollen Film über die Gänsejagd.